Deswegen kann ich euch so extrem auf Schnitt achten, weil ich halt eben momentan wirklich noch diese Woche ein bisschen lernen muss. Aber ab Donnerstag ist das Ganze ein bisschen chilliger. Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge der Skyrim Skizere mit dem Shinigami. Moin und meinerseits und willkommen zu vieles schlechtem Video. Mal schauen, ob wir da noch irgendwie was reißen können. Warum, die Leute sind schon da? Okay, ich hab eigentlich relativ okayes Equipment für Kisten. Jo. Äh, ich bin hinten am Haus. Falsche Richtung hinten am Haus. Egal, ich werd den, glaub ich, getten hier every day, every night. Okay, nice. Äh, pass kurz auf. Der extra DxD, der joint dir nach. Du hast das nachjoin immer noch an. Ja, stimmt. Ich hab nämlich gleich gestreamt, Leute. Deswegen, das war wahrscheinlich der Grund. Pass kurz auf. Die sind bei uns, die sind bei uns alle. Die sind bei uns, die sind bei uns. Geh schnell zu uns. Hast du's noch? Warte. Warte, der hat einen Stärke-Trank in TUS. Der hat einen Stärke-Trank in TUS. Shit. Warte, warte, chill, chill, chill. Hast du ihn? Okay, nice. Ah. Ich wäre nicht ich, wenn ich ihn nicht hätte. Alles klar. Der Nachteil beim LG-Kit ist, dass das Inventar grad mega voll gespammt ist. Dein Regulationstrank. Okay. Hab theoretisch noch sehr viel Equip für dich. So. Okay, nice. Eisenhelm. Was liegt da noch? Brauche ich davon noch irgendwas? Ich glaub nicht, ne? Ich hab zwei Goldäpfel. Biatch. Oster, du hast eine bessere Hose gehabt, aber... Ja, hab ich dir zugeworfen. Welche denn? Wo denn? Eisenhose da drin. Lell. Voll nicht, du Idiot. Oder? Natürlich. Äh, nein. Ich hab die nicht. Oder bin ich einfach grad nur blind? Nee. Hab zu dir da hingeworfen. Komisch. Egal. Ich hatte eine Eisenhose. Egal. Vielleicht war es nur eine Kettenhose. Eine Kettenhose hab ich nicht noch. Nee, nee. Eisenhose. Naja, egal. Wollen wir ein Boatlet machen? Wir hatten gerade schon einen Aufnahmversuch, wo ich die falsche Codierung ausgewählt hab. Ich werde definitiv mich normal rübermauen. Ey, warum? Wir müssen das MLG-Kit ausnutzen. Ich hab kein MLG-Kit. Na und? Ich kann dir doch ein Boot geben. Ich kann dir doch ein Boot geben. Komm. Ist doch gut, weil man... Ich kann dir doch ein Boot geben. Okay. 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 Wow, ich hab's geschafft! Rette dich im Wasser! Wie einfach gefailt es! So richtig schlecht! Das lag daran, dass ich zu spät in den Modus gewechselt bin und zu früh weg war. Also ich hab's auf jeden Fall geschafft. Eigentlich hat das unter SMG jetzt so gut wie nichts gebraucht, aber es ist mir jetzt auch egal. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch mir hat Spaß gemacht. Und was gemacht. Ich bin ja jetzt auf der anderen Insel. Es gab sogar einen Weg darüber, du Kerl. Ja, ja, den haben die anderen gerade gebaut in der Zeit, wie er den MLG gemacht hat, du Genie. Deswegen, es hat uns letztendlich null was gebracht. Okay, da ist einer im Haus, da ist einer im Haus. Pass auf, das Laber. Ja, er rennt rein. GG. Renn, 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 renn. Okay, RIP. Ja, ich wollte nur nicht, dass ich meine Grip rauskomme, will ich sowieso nicht. Ich gehe mal kurz in Vanishing und mache die Tod. Soll ich? Da kriegt der Insel seinen Supporter-Rang entzogen. Ich könnte das einfach wirklich machen. Oh mein Gott, ich habe die noch bekommen. Ich wollte schon kurz auf den... Dominik, hör mal bitte auf. Nicht in der Aufnahme. Im Stream gerne. Nicht in der Aufnahme, bitte. Du willst keine Werbung in deinen Aufnahmen? Ne, ne. Ich habe die halt einfach gerade bekommen, ne Dominik? Das war so nice. Die Frage ist, was soll ich jetzt machen? Ich könnte versuchen... Boat Glide, ne in die Mitte, da müsste man sich viel zu hoch bauen. Ich könnte versuchen, irgendeinen anderen MLG zu machen. Zum Beispiel, ganz normalen Water-MLG, indem ich mich von weiter oben in die Mitte baue. Ob das das bringt, ist die andere Sache. Das könnte mich natürlich davor schützen, dass ich mich vor einem runtergeschlagen werde. Indem ich mich etwas höher baue und später eine MLG mache. Ja, kann man alles mal versuchen. Man muss ja nicht immer die extravaganten MLGs machen. So. Einfach mal rüber bauen. So, einfach... Okay, ich habe noch sogar Blöcke. Ich dachte, ich hätte gerade keine mehr und wollte schon kurz davor so einen Facepalm einblenden. Ich glaube, da ist sogar noch jemand auf meiner Insel drauf. Warum? Wenn ich jetzt den MLG faile, bin ich glaube ich sogar tot. Das wäre nicht so nice. Ich hoffe natürlich nicht. Ich weiß nicht, ich habe das Sichtbild auf 105 oder so. Deswegen kann es sein. Dass ich auch nicht sterbe. Und das einfach nur hoch aussieht. Also das FOV. Naja, Dominik ist gerade irgendwie weg. Nee, nee, ich bin da. Ich wundere mich nur über die Preise, die manche Leute für ein Gamescom-Ticket haben wollen. 80 Euro. Alles klar. Wer kauft das? Oh mein Gott, ich habe es nicht geschafft und habe mit einem halben Herzen überlebt. Wow. Jetzt kommt jemand hier hin. Bitte nicht, bitte nicht, bitte, 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 bitte nicht. Mein Gott, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich werde mir jetzt so einen kleinen TNT Bunker einrichten. Und werde jetzt hier TNT hin placen. Kommen. Und wo ist ein Vollzeug? Hier, okay. Ich werde jetzt hier ein bisschen TNT mir schon hinbauen. Und werde dann gleich versuchen, die Gegner, wenn die in die Mitte kommen, einfach in die Luft zu sprengen. Dafür ist ja so ein MLG-Kit eigentlich auch immer ganz nützlich. Sowas zu machen. Ich werde dann mal versuchen, ob ich damit vielleicht sogar noch was reißen kann. Ich meine, da haben wir das MLG-Kit ja auch genutzt. Da haben wir sogar ein Boot-Grid gemacht und das unten gefailten Water-MLG. Naja, man kann natürlich nicht immer irgendwie alles schaffen, also alle MLG schaffen, first try. Deswegen, das war ein kleiner MLG-Fail gerade. Aber vielleicht wird jetzt ja dieser kleine TNT Boost, wollte ich schon fast sagen, diese kleine TNT-Action besser. So, mal schauen. Mal schauen. Komm, komm, komm. Komm doch einfach hierhin, ich hab nichts. Komm doch einfach hierhin. Ich will dir nichts Böses, mein Lieber. Ich will dir nichts Böses. Okay, habt ihr jetzt dann Likes auf meinem neuesten Video? Nice. Nice, nice, nice. Jaja, fast so viel wie auf dem anderen. Okay, mir hat es halt einfach nur was gerade gebracht, den irgendwie hier in die Luft zu sprengen. Ja, wow. Ich bin tot. Rip. Aber es war eine ganz gute Runde, muss ich zugeben. Hey, bei mir hat jemand drunter geschrieben, everyday Saturday, yay, yay. Hey, mein Name ist René, wollen wir Freunde sein? Alles klar. Warum liefst du das echt über eine Aufnahme vor? Ich nehm noch auf. Weißt du, das juckt niemanden. Das juckt niemanden, Dominik. So, gut. Halt dein Maul. Ja, juckt niemanden. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Ich mach noch eine Runde. Wir sind ja erst bei neun Minuten. Ist es gleich, Leute. So, Leute. Da sind wir jetzt in der zweiten Runde. Jetzt bin ich wieder mit dem MLG-Kit am Start. Dominik steht da eigentlich dumm rum und ich hab grad das beste Equip in meinem Leben entdeckt. in meinem gesamten Life. Ja. Nenn ich die DIA-Brustplatte und einen DIA-Helm in einer Kiste. Was? Ja, nice. Du hast meine Kisten aus. Ja. Da hat er wohl Pech gehabt. Aber naja, ähm, falls du ne Hose für mich hast, sag nun Bescheid. Oder bessere Schuhe als Kettenschuhe. Ähm. Übrigens hätte ich sogar ne Hose gegen deine DIA-Chestplate. Ne. Nein. Auf gar keinen Fall werde ich das machen. Wahrscheinlich werde ich ne Hose gegen ne DIA-Chestplate machen. Alles klar. Wahrscheinlich. Dann wäre es schon ne Efficiency, ein Spritz-Huckle. Wow. Krass. In DIA-Form plus ein Spritz-Huckle. Wow. Du hast ne Goldhose. Die soll ich... Ja, okay. Mhm. Wäre ich garantiert machen. Oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Dominik. Dominik. Oh mein Gott. Ich regle. Oh mein Gott. Der hat mich so gerade bekommen. Das wäre peinlich wenn ich gegen ihn gestorben wäre. Ja, bin geten-hitted. Geten-hitted. Ich bin schon geten-hatted. So. Ja, ist jetzt rain Das können wir vielleicht im anderen Video ansprechen Irgendwie liegt hier gerade random stuff rum Nicht random stuff, mein random stuff So, nee, den hab ich mir gerade gegettet Everyday, every night So, ich hab noch ein Eisenhelm für dich Komm her, hinter dir Ja, ich bin da So, hier, hinter dir, hinter dir Okay Bessere Hose hab ich leider nicht Merkel hat dir eine Freundschaftsanfrage gesendet Alles klar, best name EU West Ich würd sagen, wir machen hier ein Boat gleich drüber, Dominik Ja gut, ich hab auch Merkel als Abonnentin bei mir auf YouTube Wie viel Blöcke sind das jetzt schon? Zähl du einfach mit, okay? Das bringt das auch nichts Oh Mann, Alter Oh, hey Nice one Ja, ein Fallschaden Ich auch Oben sind, glaub ich, Leute Kann das sein Das war so ein Profi-MLG Dann haben wir easy geschafft Easy geschafft Ja, haben ja jetzt auch Übungen drin gehabt Ne? Was? Haben ja jetzt auch Übungen drin gehabt Ist halt einfach ehrlich Wir hatten schon ein paar Aufnahmenversuche Und deswegen Wir hätten die natürlich genommen Weil wir durch lustige MLGs gestorben wären Aber es waren halt einfach irgendwie lame Runden Äh Ja, gut Der Spectator war grad irgendwie in unserem Boot drin In der Mitte? Ja In gleich Mitte Okay Ich hab mich schon gewundert, warum ich mich da nicht reinsetzen kann Pass auf, pass auf Noch nicht Mal eben kurz auf Hab aufgebaut Ich bin auch drin Kaputt Okay, nice Nice, nice, nice Die Stuff hier einfach liegt So Oh wow Ich hab, ich hab zwei Goldäpfel Ich geb dir gleich einen Warte Bin ja sozial Ein sozialer Mensch Nice Okay, da bin ich jetzt schon mal ziemlich, ziemlich gut equipt Das hab ich mich grad ganz vergessen Die machen hier ein Boat Glide, glaub ich Oder ne, die bauen sich hier rüber Ganz nach oben Wollten erst irgendwie ein Boat Glide machen Und dann irgendwie doch nicht Keine Ahnung Egal, die bauen sich hier auf jeden Fall ganz oben Hin Schade, ich hatte die gerne mit Schneebellen traktiert Egal Wir gucken mal Wir gucken mal Ähm, ja Ja, das kann weg, das kann weg Das kann weg, das kann weg, das kann weg Das kann weg Da hatte jemand das Wolfskip Das kann weg Also, ähm Ich will nochmal so eben ankündigen Morgen, äh Lerne ich hauptsächlich Deswegen ist das Video für Donnerstag vorproduziert Also Denkt da so Also ich hoffe, ihr versteht das so Und deswegen kann ich euch so extrem aufs Schnitt achten Weil ich halt eben hohen Wirklich noch Diese Woche ein bisschen lernen muss Aber ab Donnerstag ist das Ganze ein bisschen chilliger So Und da wird's dann hoffentlich auch geiler Und spätestens in den Sommerfilmen wird's richtig aufgehen So Mal schauen Komm Was macht ihr denn da? Die machen hier 10 T runter Ja, okay, hier Ich glaub, ich hab mir wieder eingesaunt Ich hab mich schon gewundert, warum ich grad einen zweiten hab So Wow Was bringt euch das jetzt? Irgendwie nichts, ne? Ja, komm, Wasser Was macht weniger Damage? Solche Sachen Und kein Block Schaden Und die können hier ruhig reinspringen Damit die nicht noch irgendwie Angst haben müssen Nur wir machen das dann vorher weg Ja, ich hotkey dann So Komm Was Und die machen ein Boot gleich, glaub ich Und Ja, sollen sie doch Ja, Boteln ist ja auch nichts Heftiges So Und, und, und Bitte fail, bitte Ich würd ihnen das so gönnen, wenn die jetzt fail Okay, einer hat's auf jeden Fall geschafft Einer ist auf jeden Fall hier Einer ist auf jeden Fall hier, Dominik Okay Was? Der hat mir ein bisschen was gegeben Okay, das war dumm, dass ich die jetzt grad geworfen hab Aber ist jetzt auch Egal So, ich bin grad irgendwie nicht So geil im Spielen Frag mich nicht, wieso Äh, gut Wo ist der andere? Das ist hier die Frage Die hier nirgends wo ein Tracker haben Ist das ein Tracker? Ein Tracker Sagen, wo der Hins zeigt Hm, da hinten Okay Ah, der ist da wieder in seiner Basis Ja, wow Hm, naja, ich hab hier Ich hab hier Blöcke, ich dachte, ich hätte keine mehr Hast du, äh, Schneebälle oder so, dann? Ja Okay, nice 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 Last kill Nice Nice Hab schon zwei Kills, das ist mein dritter Und dann GG Nice Das war ne geile Runde, Leute Die erste Runde war zwar auch geil Aber die hier war mit ein paar mehr MLGs Ach, äh, mit ein paar mehr Kills und Wins Und die erste mit ein paar mehr MLGs Hoffe ich hat dir das Video gefallen Schaut nicht beim schönigen Minecraft vorbei Schaut bei mir vorbei, ich bin der Beste Ciao Ja, gut Äh, ja Ciao, Leute Bis zu diesem Video Haut rein So, dann hören wir uns jetzt mal Jonas Spachmachricht an Alles klar Ciao, Leute